F-5 Ja, wenn die keine F5 machen, sind sie selber schuld. Ist immer Werbung nach dem Restart, Alter, wie ekelhaft ist das denn? Puck-a-loo! 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 Nee, warum sollte Unity verlassen? Also wenn du fährst, ist shit. War das gestern auch so beim Fahren? Ist 900p 60fps Wolverine-Meter. Okay, dann gibt's nur eine Sache, die ich noch geändert hab bei OBS. Ja, war gestern auch. Ja, war denn jetzt weit gestern so oder nicht? Puck-a-loo! Naja, ist keine Stresskippe. Obwohl vielleicht doch. Puck-a-loo! Hm. Aber Artefakte kommen durch die Bitrate, ne? Ich könnte halt jetzt noch einmal restarten und auf 8.000 hochstellen, anstatt auf 6.000. Da müssen die bei denen Buffert halt runterstellen. Weil da Dieter ist ja ein Partnerkönner. Ja, jetzt ist alles easy, aber nicht wenn du das so machst. Ja, du, das VOD ist nicht die gleiche Dings wie gestern, ne? VOD ist immer schlechter als live. Pass auf, weißt du was wir machen? Wir lassen das jetzt einfach so, weil das ist ja nur beim Fahren so. Ja, Alpha darfst du, klar. Twitch block dich selber nicht. Guck, ich zeig euch einmal den Unterschied. Wenn ich aufhör zu fahren. Und wenn ich jetzt einfach rumlaufe. Und wenn ich jetzt einfach rumlaufe. Ich lasse das jetzt so. Ich stelle einfach für morgen mal die Bitrate höher und guck, ob Dings Faxe macht. Vielleicht machen wir, weißt du was wir machen? Wir machen morgen Mittag einfach. Wenn ich guck. Einen Teststream. Und wenn ich guck. 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 Hey. sometkig. Hey. Shoot. Ich guck! Ich könnte NVE installieren ohne Probleme, werde ich auch testen irgendwann die Tage. Aber dann kann es das nicht einmal ausprobieren. Ich bin ein Problem mit der Bühne in der Vergangenheit. was geht ab ich einfach gehört so stehen rückwärts packen bitte bitte aber ich habe das nicht mal da rein getan wo ist das denn da in den anderen nenne ich habe den alten richter nicht jetzt drogen taxi das gute drogen taxi ja gut ist ja nicht viel passt top ich danke dir aber werte sind gut mit fps gekippt gpu 60 prozent am chillen alter hast du bock auf party ja du nicht ob wir sind eh außen und ticken mal gucken ja wenn die musik zu laut ist geschehen die ganze zeit rein ich mal euch demnächst jetzt eine tafel hin aber was war das für mega Also sag da so, ist fein, ja? Müsst du nur ein bisschen abstimmen. Koks. Und reine und drei Reine. Ja, können wir direkt sagen, dann müssen wir nochmal hundertstellen. Jamal, das ist deiner in der Toastmole, ne? Bitte? Das ist deiner. Äh, schön wär's. Nein, das ist deiner. Wir haben die Fahrzeugpapiere. Juni hat die. Achso. Na cool. Ein Schlüssel hat er auf jeden Fall schon. Schlüssel und Fahrzeugpapiere haben wir. Jack, ich habe einen Weg gefunden, mein Trauma selbst zu überwinden. Ja, wie denn? Alkohol. Es heißt jetzt Bauchschnappeln. Naja, die Ingame-Grafik bleibt genauso wie sie ist. Mein Freund. Abs morgens faktor. Haller Solverset. Eins geschafft. Ja, ich habe in *** Sullivan, wie die Aber ich will das Auto so lassen, sieht gut aus in Rot, ne? Jo, auf jeden Fall. Der ist genau richtig so jetzt. Ich will nur noch ein ganz kleiner Spoiler, wirklich kleiner Spoiler. Ja, das stimmt. Kann ich so gehen in die Party? Bitte? Ja, kann man machen. Bin ich schon fast nur? Also Brille ist auf jeden Fall dezent, aber sonst... Die ist sehr dezent, ja. Was soll das heißen? Ja, die ist ziemlich groß. Ohne Brille? Ja, mit, mit, nein, nein, mit. Mit, 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 mit. Jo. Die ist richtig fresh, homie. Ohne Knarre, bitte. Ey, du Party, oh mein Gott, ey. Was willst du, Masefucker? Gar nichts. Wann ist die Party? 21 Uhr, ne? 21 Uhr? 20 Uhr, keine Ahnung. 21 Uhr. Okay. Ist schon nach 20 Uhr. Und sind wir auf der Party? Nein. Äh, äh, offensichtlich... Wer hat den schon wieder seinen Pizza-Keton hingeworfen? Keine Ahnung, ich esse keine Pizza. Was, Jack, erzählen? Oh, war schnell. Oh, ich muss, ich muss absagen, ne? Was absagen? Ja, ich bin kein Tischler heute. Ich will feiern. Mit Drogen oder ohne Drogen? Hallo? Hallo? Aber ich kann heute kein Tischler machen, ich hab Bauchschmerzen. Ist doch alles gut. Hast du nicht gestern schon gesagt, dass du dich willst? Hab ich? Ja, du brauchst jetzt nicht tun, als hättest du Bauchweh. Ich bin jetzt errummelt. Ja, sonst kündig auf. Ich bin grad da, ja. Ich komm vorbei kurz. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Mila, komm. Okay. Arbeitest du heute nicht da? Wundeheilung. Mila? Hä? Arbeitest du heute da? Ich hab nicht ja gesagt. Dann komm, wir fahren kurz hin. Tschüss, Bauchschmerzen. Beste Bauchschmerzen. Tschüss. Meine Kim, pass auf, was du zu meinem Toil gesagt hast. Okay. Bauchschmerzen. Aber in der Hose, egal. Pass. Nicht schon, okay. Pass. Ich wollte schon, nicht schon, okay. Pass. Bitte, Parker. Na los. Was? Sag es, sag es, was du sagen wolltest. Nicht schon, okay. Was soll das heißen? Ich hab dich in meinem Auge, mein linkes. Wo guckt das rechte Hirn? Das geht dich gar nichts an. Boom. Bis achtet auf meinen Bauchschnabel, damit da niemand reingeht. Was für ein Bauchschnabel. Das ist mein Wort jetzt dafür, damit ich nicht mehr verstärkt bin. Ah. Was mit Bauchschnabel? Was mit Bauchschnabel? Das ist doch hier, ne? Was? Ja. Hey, hier wollen sie sich doch mal einbrechen. Gib mir deine Hand. Bist du Willi? Hallo, ich bin Willi. Hallo Willi. Ja, komm rein. Gibt es uns einen Durchgang? Ja. Galaxy heißt der Club? Kiez. Was? Der hieß Galaxy, jetzt heißt er Kiez. Galaxy Kiez. Nein, nur Kiez. Oha. Oha. Galaxy ist der alte Name, das muss noch geändert werden. Allgemein sind noch ein paar Sachen so optisch, die geändert werden müssen. Zum Beispiel die Beleuchtung, das siehst du gleich. Die Laser. Ist ein bisschen doll. Warum geht das so klar? Ja, das ist so Tanzfläche. Oh, Baby. Warum gut? Ja, und dann geht es hier noch hoch. Boah. Und das WAP, ja? Äh, erstmal nicht. Irgendwann vielleicht. Aber jetzt so, heute ist es komplett geöffnet. Hier kann man jetzt so... Boah, hier ist DJ-Pult. Oha, Demba, guck mal. Ja, ja, das ist nicht gemappt. Das ist... Das geht ja online. Okay, Laserfuck noch ein bisschen ab, oder? Bisschen, aber nur. Das Büro? Guckt mal den gruseligen Tisch an. Den mag ich nicht. Oh! Migla, das sind wir. Nein. Guck mal deinen Bubo. Nein, das sind wir. Doch, guck. Nein, glaube ich nicht. Das sind wir nicht. Ja, auf damit. Das sind wohl wir. Psst, psst. Der Frank hat uns wohl geführt. Ja, genau der Frank. Könnt ihr euch schon mal merken, wenn ihr hier Gespräche führt, immer wirklich sehr leise reden. Okay. Das schallt sonst runter in die Toilette. Ich seh nix. Da ist schon sehr dunkel draus, ne? Ja. Ja, und dann haben wir noch... So richtig hinterher. Mila. Mila. Setz dich auf meinen Schoß, bin ich bei der Weihnachtsmann. Ich wünsch mir Co-Papier. Ja, Co-Papier. Co-Papier und eine Katze. Eine Katze. Kann die Kallchen heißen? Nein, nicht Kallchen. Ey. Und ich möchte ein Zeber haben. Ein Zeber und ein Co-Papier und eine Katze? Nein, ein Zeber. Ja, ein Zeber. Zeber. Zeber bist schon weg. Nee, Zeber. Zeber. Das ist ein Pony. Das ist ein Zeber. Ach, ein Zeber. Und ich möchte... Ich möchte, dass... der Körte seinen Tag lieb zu mir ist. Bin immer lieb. Oh, oh. Ich glaube, ich bin immer ein Pia. Was? Ich sehe mich in einem Spiegel nicht. Das ist kein Spiegel. Das ist kein Spiegel? Nein, das ist ein Loch in der Wand. Da ist Kunt. Hallo? Wow. Wir sind im Club. Körte und Mila sind auch da. Was denn hier? Ich zeige mir gerade alles. Wow. Okay, wir kommen gleich. Oh, hier kann man kämpfen. Ja, hier ist so... Kannst du für Besprechungen und sowas halt gut, ne? Ja, und kämpfen. Und kämpfen. Und Besprechungen. Und Besprechungen. Und kämpfen. Kämpfen in erster Linie. Und Besprechungen in erster Linie. Ja. Aber man kann ja kämpfen. Was hast du da im Ohr? Das ist ein Headseater mit dem Business Raster. Was soll das? Ja, irgendwie musst du telefonieren. Mit dem Telefon am Ohr. Ja, das ist ein Headseater. Alter. Ein Raser-Karten. Ja, sieht voll cool aus. Ja, und dann haben wir unten noch Toilette. Zeig mal. Ganz theoretisch könnten wir... Also du kannst einen Rundgang theoretisch durch den Club machen, aber die Tür unten lassen wir mal abgeschlossen. Okay. Also kann man nicht auf Klo. Doch, doch. Warte, ich zeige dir was. Also ich merke, du hast Talent. Wenn du willst, kannst du mal einen Abend spielen. Kann ich nicht tanzen, jo? Ja. Das ist sehr rutschig, ne? Nee. Na klar ist das rutschig. Geh runter, Miller. Fand ich so vor allem schnell. Habt ihr schon Tänzer? Bitte? Habt ihr die Tänzer? Nein. Warum nicht? Wahrscheinlich, wir sind doch kein Strip-Club. Ja, aber man muss doch tanzen. Ja, aber das machen ja die Gäste irgendwann in erster Linie. Weißt du, was das Ziel... Weißt du, ab wann man merkt, dass ein Club gut ist? Wenn die leicht bekleideten Frauen von alleine auf so ein Ding gehen und tanzen, weißt du? Du musst die gar nicht bezahlen. Okay. Dann hast du einen guten Club. Hallo. Wo bist du, Bruder? Bin im Club gucken. Bleibt ihr dann gleich dort? Nein. Okay, kommt ihr nochmal zurück. Ja. Okay, dann bis gleich. Tschau. Bis gleich. Komm. Klo. Wow. Das glaube ich nur für Melna. Ja. 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 Ja, das mit den Lasern ist ein bisschen schwierig. Ich achte darauf, da nicht hinzugucken. Weil das tut mir auch im Auge weh. Hallo, bist du bescheuert? Machst du dein Geschäft, hatte? Ich versenk gerade meine Kinder im Klo. Ja. Work, sexy. Boah, ich hab jetzt schon ein bisschen Kopfschmerzen davon gekriegt, ne? Die Leser tun schon den Willen. Warum? Was machst du beim Kondom? Da kann man Kondome zählen. Ach so. Nein, ich bin nicht Epileptiker. Aber das fickt halt trotzdem mein Gehirn. Ich wasche mir die Hände. Die müssen trocknen. Ja. Fertig. Okay. Wolang? Oh. Was hier? Keine Ahnung. Ja, aber solange man da nicht komplett hinguckt. Hier werde ich mich auf gar keinen Fall hinstellen. Hallo? Das tut ein bisschen weh im Auge. Ein bisschen macht es Kopfschmerzen. Und wer hat dir gerade im Chat was über Pixel-Dings geschrieben? Oh. Oh. Ich will zwei Whisky fit auf. Ich will zwei Whisky fit auf. Eins zu gehauen? Dein foremost. Du werde ich hier innen? Hallo? 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 Ich bin wirklich... Entschuldigung, wenn keine Zeit ist, dann keine Umstände. Ich kann auch nichts tinken. Hallo. Aber so vielleicht Whisky. Ich glaube, die hören uns nicht. Moment, warte gleich. Ich weiß nicht, ob ihr jemals schon mal feiern wart, aber in Diskotheken ist es dunkel. Nur mal Sommerhande erwähnt. Was glaubt Klimatik? Die Decke ist ganz schön niedlich. Ja, die ist niedlich, ne? Nein, niedlich. Hi, nee, ich muss eben... Kann ich mir bitte was zu trinken hören? Was willst du nur? Eine Außenkohle. Na, aber so ein Cola habe ich nicht. Twinkie ist habe ich auch nicht. Ein Whisky. Ach, ein Whisky. Ich habe Twinkie verstanden. Und du? Eine Cola. Ich habe keine Ahnung, ob ich den Scheiß überhaupt habe. Dann guck im Kühlschrank. Oh, ich kann noch was für dich. Was denn? Danke. Der ist von gestern, ne? Nee, von heute, von vorhin. Also Cola und Whisky. Ja. Ja. Ja, heute sehen wir richtig auf. Genau. Oh. Herzlich willkommen. Das machen dann insgesamt bitte 130 Dollar. Und nur mit Karte. Warte mal, was für zwei Getränke 130? Ja, insgesamt. Bist du bescheuert? Den alkoholischen Getränken 80 Dollar und den nicht alkoholischen Getränken 80 Dollar. Boah, teuer. Aber ein Teil ist frei, ne? Ja, ich glaube. Wer zahlt? Mela. Mela. Jetzt rennt die weg. Ja, ich will nur sehen. Wärme und Auslastung. 130 Dollar. Aber ist alles Typ. Ja. Hallo? Was denn? Ähm, meine Zigaretten. 130 Dollar. Dann geh deine Augen waschen. Nee. Scheiße. Das ist kaputt. Das funktioniert nicht. Dann ruf dem Willi. Willi, Hilfe. Hilfe. Willi, Hilfe SOS. Das ist nur eine Tür. Das geht nicht. Abschließen. Was ruft dem Willi? Willi, ist sicher ein Geld kaputt. Nein. Geht nicht? Nee. Also, ich kann gar nichts machen. Hilfe. Warte, vielleicht muss ich das in der App einstellen. Was geht ab? Jufka. Sag dir keine Hallo. Alle wieder am Pennen. Dir immer. Schlimm, Alter. Geh ich nicht. Eigentlich müsstest du fern. Ich probiere es nochmal. Also, 130 Dollar. Mhm. Ja, das war jetzt falsch. Wurschtfinger. 130.000. Ausstellen. Nein, nix zu 130.000. Muss ich da immer einen Verwendungszweck angeben? Ja. Soll ich das schreiben? Einfach irgendwas. Einfach Kies. Was geht, Leute? Was geht? Hallo. Schreib einfach Kies. Ja, 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 ja. So, wer hat die jetzt gekriegt? Ich habe bekommen. Ich ziehe meine Tasche mit den Sachen in den Kopf rum, alles unter. Wo ist der Getränk? Kriegst du sofort. So, das geht an den Mila. Und das an den Curtis. Danke. Danke. Mach ich eben kurz. Lass es so schmecken. Ich will hoffen, dass es schmeckt. Ja. Ich auch. Aber nur ein Glas. Und das kostet gleich Acht. Acht. Ja, den Willi hat den Preise gemalt. Ich habe keine Ahnung. Ich mache das einfach. Ich probiere mal was. War wenigstens gut. Ja, aber ich spüre noch gar nichts. Ja, okay. Alles klar. Hm. Ich gehe bald da oben. Hier geradeaus. Oben. Geh nix, Junge. Ich habe FPS Limiter rein. Kann man hier kippen ziehen? Hm. Es gibt Redux so nicht mehr wie damals. Ja, ich habe 144 Hertz Monitore, aber ich habe G-Sing an. Hey, yo. Ruhe, alter Mündschi. Ach, Sini ist auch mal da. Warte mal, ist hier direkt so eine Anbildung für einen Zug? Uber? Jetzt sag nicht, die kommen alle her mit Autos und parken die hier, wenn die Party machen wollen. Geht mir schon besser mal. Nein. Nee, nee, nee. Hallo. Hallo. Wer wann hat gehört, ist dein Stream-Qualität? What? Ach, die Jute Oma Sandra. Gucken wir mal hier. Oma Sandra, wann machst du denn Werbung? Was ist denn, du hast schlecht bezahlt? Ja, hallo. Sagen sie mal. Sind sie verrückt oder so? Was geht nix mehr? Ja, bleibst du eben hier, ich fahre noch mal kurz nach Hause. Ich fahre gerade hochkommen. Ja, dann komm. Oh. Oh, ich muss doch auflegen. Oh, nee, doch nicht. Okay. Müsst du das Auto gleich morgen erst parken? Ja. Nicht direkt von dem Club. Mhm. Was sei dir jetzt auch noch mal gesagt, wir schauen mir das heute erst mal an. Okay. Faule Sau. Gar nicht wahr. Gar nicht wahr. Ich habe auch bei Frank gearbeitet. Ich habe nicht mehr mehr. Hm? Hm? Auch ohne dich. Mhm. Ja. 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 Bim gehört eigentlich, dass der Motor läuft. Weiß ich nicht. Oder hast du für den Sabre und dieses rote Auto einen Schlüssel? Für den Sabre Custom habe ich halt. Okay, weil ich wollte die Schlüssel mal nachmachen, aber wir haben die Zeit morgen oder nachher. Was geht Schoko? So weit willst du im Club gehen? Wann denn? Achso, ich? Gehst du sie nicht? Ich will noch ein bisschen Geld ausgeben und dann Serien gucken gehen. Okay. Heute kommt eine neue Staffel. Wem gehört dank dieses grüne hässlinge Auto? Du Fache. Hast du einen Schlüssel von dem Sabre? Du bist ein Fache. Nee, du. Geh ich davon einen oder ist der nur für dich? Kannst du haben? Einen. Aber ihr könnt nachmachen. Dürft ihr? Okay. Der Memo wollte auch. Kann ich nachmachen oder hast du noch einen von dem Tourismus? Spot für dich. Ihr habt ja fast Partnerlohn. Da. Ich hab mir die Jagie extra in einer anderen Farbe gekauft. Was habt ihr? Den Sabre Schlüssel. Ich hab jetzt von der WG in Jess gleich. Okay, perfekt. Jess, warum parkst du immer wie nen Dummkopf hier? Hä? Ja. War nicht so gemein, Curtis. Du musst erst rumparken. Warum? Weil ich ne Krise krieg, weil deine Autos hier so dumm stehen. Nein. Nein, nicht so gemein. Halt die Klappe. Ich? Oh. 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 Ja? Hast du nen Schlüssel für diesen SWOT-Juggler? Äh, ja. Kannst du den Schlüssel für diesen SWOT-Juggler? Kannst du mir dafür einen nachmachen? Ich brauch nur einen. Klar. Okay. Ja, mach. Bring ich dir mit. Bis gleich. Ja, aber die gehen den Schlüssel nachmachen. Nein. Du brauchst den noch selber. Hä? Ja, ich kann... Ich fack gar nicht zu viel damit. Na und, aber du brauchst den. Was denn crazy? Der ist grad nen Hund da her, glaube ich. Ja, der kommt ja grad damit wieder. Oh, Mila, das ist ein Hund! Das ist deiner jetzt. Er wird eh wieder jemand. Das ist deiner. Äh, äh. Doch, ich hab den gekauft. Lüchner. Der heißt... Was ist das für ein Hund? Das ist ein Hund, der gehört zu den, ähm, Medics. Nein, das ist jetzt unser. Nee, aber der ist... Ja, ich will auch, dass er uns ist, aber ich mag sowas nicht. Dann klauen wir einen Hund. Hunde, willst du hier bleiben? Mila kümmert sich um dich. Wuff, wuff. Labradoodle. Wuff, wuff. Hat er geknullt, oder? Ich weiß nicht. Und, willst du hier bleiben? Wo ist denn... Wo ist denn dieses EMS? Wo ist... Wer bist du? Ich? Ja. Ich bin... Jay. Von den Yardis. Von den Yardis? Ja. Ich kenn Mo. Und du weißt nicht, wo das Krankenhaus ist? Ach, das ist A. Okay, ich geh jetzt zum Krankenhaus. Tschüss, Bravo. Ich brauch nen Hund. Kerl, da war du nicht unser. War's unser Hund? Bin der denn jetzt mit, oder was? Der fällt uns zum Krankenhaus. Wieso? Wollt ihr im Club gehen, Quack? Und Jazz? Die Club? Ja, wir gehen doch gleich im Club. Ja. Sieht nicht gut aus? Bist du... Du hast nen Hammer von... Ja. Und weiter? Ja, du siehst scheiße aus. Warum? Du siehst wie so ein Kindergartenkind. Die lassen mich schon rein. Fehlt nur die Regenbogenjacke eigentlich. Zieh mir extra noch ein schwarzes Hemd runter und dann ist gut. Und das ist die Jacke? Ja. Also ein schwarzes T-Shirt, so. Ja, okay. Was geht? Wo bist du hin gerannt, du Idiot? Ich bin mit AWO, äh, Tattoo-Laden in Weinhut. Achso, okay. Ja, du bist gleich. Willkommen gleich. Milla, ich besorg dir schon nen Hund. Du musst keinen Hund haben. Hä, du bist doch nen Hund. Hermida hat doch schon ne Katze. Aber du sollst mir keinen klauen. Nein, ich klaue den. Ich kaufe den. Beim Tierfachgeschäft Sinni. Der hat doch Sackraten. Im Angebot. Ich will kein Ratten. Nein, der wird ein Hund. Hast du aber auf gewisse Art und Weise. Du bist mein Hund. Warum, Curtis? Ja, das... Ich bin dein Hund. Mhm. Ja, auf gewisse Art und Weise eigentlich schon. Scheiße. Mach, mach wow. Nee. Milla, aber immer. Miau. Hast du nachgemacht? Klar. Ja. Aber der muss umlackiert werden. Der Sabre. Ja. Ja. Müssen wir mal. Hast du jetzt dafür noch mehr Schlüsse gemacht? Nee, nur den einen. Sollte ich noch mehr machen? Nein, ich mein für den Sabre. Nee, nur den einen für Memo. Okay. Achso. Du brauchst auch noch einen, oder? Nö. Ich fahr die Karte. Das ist ne Pisskarte. Ich hab jetzt nur einen für Memo nachgemacht. Okay. Und wer ist mit den anderen zwei Jugolas unterwegs? Crazy und Avo? Genau, Avo und Crazy mit einem. Er hat den Sportwagen, den roten. Den Gran Turismo. Boah, das zwiggert mich, dass der Chef da nicht nebeneinander steht, ne? Ich war heute Mittag online, also ich hab alle Karren umgeparkt vernünftig. Ich hasse sowas. Das muss gut aussehen. Ja, das ist übelst, mein Tick. Ich hasse das auch, wenn Autotüren auf sind hier. Schei. So, jetzt seht ihr gut aus. Aber der Sabre muss nur weg. Müssen wir jetzt im Umlackieren fahren. Welche Farbe soll der denn haben? Ja, das könnt ihr entscheiden, milde egal. Aber nicht schwarz. Nicht schwarz. Hm? Sagst du, machen wir grün, so wie in der Straße dahinten? Nein, halt. Könnt ihr euch auch suchen. Sabre sieht ja gut aus dem Blauen, ne? Jo. Vielleicht machst du das lieber. Scheint's ne richtige Vorstellung von uns haben. Ich wüsste jetzt gar nix. Guck mal, der Zentone sieht gut aus. Der eine schafft das grün, der andere schwarz. Sieht gut aus. Der Kumo, das Blaue, sieht richtig gut aus. Dann geh ich mir mal auch andere Klamotten anziehen, bevor ich nicht mitgenommen werde von euch schnöseln. Geil, ne? Mila, Jess, wollt ihr den nicht beraten gehen? Ja, warum denn? Und du parkst die Karre hier bei unten, schöne. Quack. Jetzt kriegst du einen schlag im Lachen. Ich parke auch ordentlich und da ist kein Platz für deine hässliche... Okay, ich hab nichts gesagt. Der Frau sollte auf jeden Fall mitgehen. Hier ist kein Platz für was. Hässe genug, ey. Meine hässliche Tasche wollte das sagen, obwohl die Tasche ja... Das dem Auto rauskommt. Hast du dich umgezogen nochmal? Nicht so doch. Ja, die geht zu den Rocker und wird an der Cover. Ich hab halt nicht so schicke Klamotten. Oh, ich hab voll die schicke Klamotten. Ja. Wo bist du? Ähm, Galaxy. Wie, bist du schon da? Ja, wir mussten hier kurz was abklären wegen... Ticker? Ticker Spot gleich. Ja. Denk dran, wenn ihr dahin fahrt, parkt nicht mit dem Auto davor, ne? Parkt da mal Cadys oder so. Achso, ja, ja. Ja, 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 ja. Wir haben jetzt nur quasi... Ja, wenn du gleich irgendwen siehst, ne? Mhm. Der Zeug haben will, dann schickst du den in die U-Bahn zum Ticket kaufen. U-Bahn? Wie? Ja. Okay. Davor hast du nämlich direkt so ein U-Bahn-Ding, weißt du? Und da schicken wir jetzt den Ding jetzt hin und der soll da verticken. Okay. Was geht's? Bis gleich. Achso, Chef. Bis gleich. Läuft, was läuft, was läuft. Also getickt wird nicht im Galaxy, ne? Nur dem U-Bahn-Ding. Oh, Jeff? Wow, Jeff? Im U-Bahn-Ding? Ja, direkt vor dem Club ist ne U-Bahn. Okay. Das ist gut zu wissen. Da stellen sich die Ticker hin. Ja, das ist ja dann wohl meine Aufgabe. Hat dir noch keiner Bescheid gesagt? Ich wusste was. Dann ist das doch nicht deine Aufgabe, du Pisser. Okay. Waffen weglegen, ne? Vorjubel meine Nase, ne? Ja. Wollen wir in den Club reingehen, ja. BAH! Warum ist meine Nase immer zu, Alter? Ich geh noch mal verspielen. Ich geh noch mal verspielen. Ja. Dafür mach ich ihnen ein anderes Mal ne Glatze. Ne, das passiert, wenn ich mit der Kürtelstimme rede, dann geht die zu. Keine Ahnung. Hat er jetzt keine Nackengardine mehr? Weiß nicht, denk nicht. Ja. Da wird ihm ja jetzt kalt am Nacken. Er hat auch gefragt, ob du dich für ihn schick gemacht hast. Gucken gleich Bilder. Ich hab gesagt, du hast... Okay. Ich hab' da. Naja, ich hab' einen Nasenspray. Jetzt geht er wieder. Dankeschön. Ja, natürlich auf Mehrsatzbasis, hallo? Alles andere macht süchtig. Das war nicht mal ein Zentimeter. Das war ein grüner Neon. Kommen wir gleich mit zur Party? Ja, ja, wir ziehen uns gerade um für die Party. Okay. Wo seid ihr denn? Ach so, Ponson Beast. Wo sind wir hier? Ah, wo? Ja, weinwut, 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 weinwut. Weinwut, weinwut, weinwut. Bei den grün-blauen oder so, man. Wir sind da gerade reingefahren in der Straße. Ich weiß nicht wer das ist, keine Ahnung. Wo ist Taiwei? Nein, nicht West Taiwei. Wir sind hier in Weinwut, man. Unterm Suburban, der Ponson Beast. Neben ACLS, sagt der. ACLS? Was? Wo ist die gelbe Autos? Wir sind mit Jugular da, ja. Nee, ich ändere das. Ach, scheiß auf den Streamtail, Alter, Bruder. Harry, dankeschön für den ReSubszehnten und Mechatroniker und Sharky und QB und Syme und Chris und Beppo. Und hau drauf, we. Dankeschön für die ReSubs. Hier kommt's, Dickel, die Multiple-Zahl. Was geht, Hernandez? Zeig mal deinen schwarzen Zahn. Dann fick ich die. Nicht, dass du zu stark atmest durch den schwarzen Zahn. So was, oder? DJ Typhoon, heute, ne? Heute ist DJ Typhoon im Club. Ja, ja, Event. Der macht wieder den Ferrari-Remix. Vielleicht wieder Werbung schalten für ACLS, gar keine Worte. Jede Stunde. Komm vorbei. Ja, ja. Alter. Lass mal Dings Jugular gelb machen, oder? Was macht der? Gelb machen den Jugular. Gelb? Für einen gelben Ton, ja. Warum? Vom RCLS abstellen. Damit wir auch DJ sein können. Du kriegst hier keine Bezeichnung für das LP, dann ist es einfach LP. Du willst noch ein No-Go drauf. Jetzt übertreiben mich. Echt gut soziiert hier, ne? Der ist halt Kappe-Kissel, ne? Sei froh, dass du überhaupt wasfeln hast. Ist halt immer Zufall, was du da rausbekommst. Einmal reinpacken. Du musst halt den Karton besuchen. Mal was vom Biker-Event, mal was anderes. Ja, okay, was das? Haha.... Haha... 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 Ja, Chat ist immer müde, Mann. Das ist nichts Neues hier. Leck, leck, leck. Warum das hier so ist, weiß ich auch nicht, Alter. Doch, weck den Chat. Die sind nie lieb. Sind immer böse. Die sind nie lieb. Was geht, Cody? Keine Ahnung. Was geht? Du bist nicht Cody. Nee, bin ich nicht. Ich zieh mich nur jede drei Minuten um. Aber du siehst ja auch so Cody. Und warum hast du deine Haare so nicht? Hä? Was? Sind die Angeln schon losgefahren, Memo? Das ist ein Ziel, dass wir gleich raus die Brille. Der Jeff und so, aber nee. Wie spielt ist das? Der Jack Braumer, das haben alle gesagt. Was braucht der? Der braucht vier Leute mit leeren Taschen. Warum? Ich glaube, der muss Dach besorgen. Ich bin mir nicht sicher. Seid ihr schon wieder leer, Jeff-Kell? Hallo? Warum redet ihr nicht? Jungs, was gilt? Stop. Okay. Was läuft? Hallo? 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 Ach nee. Seid ihr mit Jack verabredet? Hey, was geht's? Hey. Was geht? Au. Ruhig hier. Wo ist denn Jack, Memo? Wir haben was für euch mitgebracht. Da hinten. Da hinten. Ist dem Telefonieren? Ja. Ja, wir können ausladen. Habt ihr ein Auto? In der Tasche. Der packt euch direkt ins Auto, wenn ihr wollt. Müsste leer sein, oder? Weiß nicht. Ja. So gut wie. Ne Ta... Was? Müsste dein nicht passen. Warte. So, liegt drin. Dankeschön. Ein Problem. Envy, ist das schon bezahlt? Bezahlt ist nur nicht. Wie viel bekommt ihr? Jute Frage. Ja, ich hab keine Ahnung von den Preisen. Aber ich geh Geld holen dann. Wie viel waren das jetzt? 50. 50 Stück. Gilt ihr euch auch mal? Nee, ich war 6 Riesen. 6.000 Dollar? Ja. Ich frag kurz zu holen. Vielleicht mit der Kröcki, halt, Alter. Dauert nur ein bisschen. Dauert nur ein bisschen. Ist so, Oma, ne? Ist so. Das ist kein Oma-Taxi. Das ist mega cool. Und das steht auf irgendeinem... 23.000 Dollar. Wenigstens haben wir keine Artefakte, wenn wir mit der Karre fahren. Kürbün Kürbün der kassel zum zahlt nein okay schon bei der stimmte monate okay habe ich auch diese weihnachtsmarkt glaube ich kann ja ja ich weiß vielleicht auch wird ein schlag ich zähle nicht durch ich bin keiner ob ich nehmen sollte nicht also kehrt wird nicht durch das sind 6.000 Dollar ein Kleingeld wenn ich ein Geld in die ich meine Leute die ich nicht mehr als Schwarzschweige Plünderter da hat die Klinik ist du kannst gleich mal zählen dort die dort waren die machen Jungs übergegeben hat schon angefangen das ist uns bis später für die unabhängig sein hat schon angefangen nun aber halt kommt er macht den Kopf wieder drin gefickt das ist eine Läser schon so Geil. Das tut voll weh. Warte mal, sie fahren jetzt schon los? Glaube ja. Was ist denn der Typ da vorne? Ich weiß es nicht, Memo hat den grad weggeschickt. Ja, dann frag den nochmal was der will. Der sieht aus wie ein Junkie. Ich wollt' sagen, der sieht aus als ob der was kaufen will. Die haben bestimmt jetzt nichts her. Ich glaub, die sind mit allem losgefahren. Ja, dann musst du halt die Kasse klingen bei der Party. Ruf ich. Und wieder der Deal wär anders. Haben die Security? Ich glaub schon, na klar. Türsteher und so. Ja, ihr müsst aufpassen. Heute hat schon Sopranos, eure guten Bekannten. Die haben grad bei der Beerdigung Leute abgeknallt. Was haben die? Ja. Sind die irgendwelche Birne? Ja. Ja. Ähm. Du fährst jetzt mit dem ganzen Zeug los, ne? Ne, 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 ne. Du weißt schon, dass das Auto voller Drogen ist, mit dem du grad im Farm bist? Nein, das ist nicht mehr. Wir lagern das alle schon um. Also ist schon alles umgelagert. Wir holen jetzt noch den restlichen Stuff bei 187 und dann fahren wir zum Club. Hast du das mit Kieselstein abgeklärt, das ist der Deal da draußen? Ja, ja, ich hab das mit Davis geklärt. Die kriegen deswegen ein paar Prozente. Und sonst kann ja quasi keiner deal, ne? Ja, richtig. Ja, 187. Was? Ja, genau, genau. Ich rede jetzt nur von Joints. Ja, 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 genau. Ja, dann sag den Ticker, wir sollen die Abstechen mal dabei an, dass der Punkt. Wo wir ihn abstechen? Hast du irgendwann mal in deinem ganzen Leben irgendwas mit Drogen zu tun gehabt? Ja. Du Vollidiot. Ja, was? Ich versteh nicht das Problem. Wenn da andere Dealer hinkommen, die Joints verkaufen wollen. Ja, da werden die safe abgestopfen, ey. Ja, genau das meinst du. Ja, ja, ja. Also wir haben einen Chap dort stehen. Nur einen? Ja, der steht unten in der U-Bahn und verkauft Tickets. Du willst einen da hinstellen, was wenn der abgezogen wird? Wir sind direkt in der Nähe, ne? Ja, aber ihr dürft auch alle die machen. Lass da gleich mal jemanden abziehen. Naja, ich nicht. Ich war grad in dem Club, ich stell mich nur davor, chill halt da und so. Ja, mindestens zwei Leute da. Ich hab das immer im Auge. Ja, ja, ich hab das im Auge. Okay. Ich denk mal der Chap hat auch gleich seinen Kollegen hier in der Band dabei. Und dann sind wir mit mehreren da unten. Dann passt das schon. Du solltest dir mal Drogendokus angucken. Ja, 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 ja. Hab ich schon. Dann ist gleich. Ich kenn den Scheiß, gut. Oh nein. Übrigens auf dem Highway haben die Cops eine Kontrolle aufgebaut. Die ziehen Leute aus dem Verkehr und kontrollieren die komplett durch. Ich hab das nicht. Schon wieder? Ja, besser als über dem Ding stehen, ne? Beim Dreher. Was wollte der Quack? War das Ghost? Ach, ist er ans Telefon gegangen, meinte, warte mal kurz. Ich hab das stehen lassen, war mir zu blöd. Ist das wieder so einer, der sagt, would show back, homie? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ach, das ist ein Ghost. Ach, das ist ein Ghost. Das ist ein Ghost. Na, Enby. Ja, je. Flashbacks des Todes, ey. Ja, ja. Kein Ego. Boah, ich hab äh. 5-0, 5-0. Ja, Jess, quick, wann wollt ihr dahin? Ja, irgendwann demnächst, oder? Joa, ich würd auch jetzt zurück und's fertig machen und dann brauche ich auf jeden Fall auch dahin. Boah, das ist ein Ninja, ey. Musst du euch noch umzählen? So, ey. Äh, boah, nö. Warte mal, war das grüne coole Auto am Kopf, weißt du? Ach. Oder ist da jetzt irgendwie Dresscode? Ich glaube nicht, aber ist schon so gehobener, ne? Ist schon gehobener? Ist schon gehobener? Ist schon ein bisschen gehobener. Also, die haben so viele Neidwände und in lila und so nen Scheiß. Ach du Scheiße, muss ich jetzt so noch nen Anzug kaufen gehen? Das stinkt so nen Parfum. Hey Curtis, lassen die uns mal Knarre rein? Keine Ahnung, ich hab zwei Stück bei. Ja, ich hab auch dabei. Weiß. War ich gestern nicht sehr erschreckt, als wir beim Kanal abends lang gefahren sind? Ach, den Altdorre. Ja. Wie viel Cola hast du noch? Ähm, etwas über 100.000. Okay, kommst du kurz 187 und bringst mir 80.000 mit? Ja. Jut. Bis gleich. Fuck, ich muss meine Knarre auch noch weglegen gleich. Muss los. Alles klar, hau rein. Was zum Teufel? Jogging wo so nen Sakko? Ja. Ey, das fühl ich. Das fühl ich. Patron! Ach du Scheiße. Oh nein, wie gewähl ich. Oh nein, wie gewähl ich. Jyge. Boah, welches Auto fahren war. So aber. Mal eben abchecken. Okay. Ja Wohin? Ja... Fahrt ihr zur Party? Aber ich kann euch hier mitnehmen Ja wo ist die denn? Oder kannst du mitnehmen? Warte ich komm zurück Ich muss nämlich 80.000$ transportieren Ich brauch ein bisschen rückeln Ja ja Ich muss kurz 80.000$ transportieren Warum das denn? Ja wir kaufen Koks bei 1.87 Glaube ich 1.87 Richtige hernander sei dir Pfff 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 Halt nur zwei Folgen! Da kommt die fünfte. Egal, halb. Wie ist das nochmal auf Stern TV oder? Ah ne ist das TV. Wie haben wir unseren Pferden angekommen? Hä? Sollen wir wieder aussteigen oder was? Ich glaub wir bleiben lieber drinnen. Ja? Ja wo bist du? Nebenhande bei der Garage, hab doch gesagt komm mit. Wir haben welche Garage? Hier ist doch so ne kraftische Garage. Achso, okay. Ja, dann bin ich falsch. Dann kommst du vorbei. Garage? Ja, direkt um die Ecke. Ja genau. Eieieiei. Da kommt Curtis mit dem Ding ins Komodo. Eieieiei. 80.000? Ja. Ja. Was habt ihr gekauft? Ich hab schon 70 bezahlt. Was habt ihr gekauft? Drogen. Für 80.000 Dollar. Ja, lass sie in eure Tasche. Oh. Ja. Für 80.000 Dollar. Ne, für 150.000. Warum? Das ist teuer. Ich grüße Sie, der Herr. Ich grüße Sie zurück. 80.000 Dollar. Gibt alles? Ja. Jut, 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 jut. Lass sie noch in Taschen, ja, ja. Dann nehmen Sie mal den Koffer hier hingegen. Danke. Brauchen Sie ne Quittung. Ja, wenn du was? Ja, wir kommen jetzt. Okay. Geht dort nicht feiern? Ähm. Ja, wir fahren gleich noch los. Ich hab für 150.000 Koks gekauft. Ja, 150.000. Okay. Und die holten. Hau rein. Hau rein. Hau rein. Die haben jetzt für 150.000 Koks gekauft. Ja, warum nicht, ne? Ja, und für was geht das weg? Ja, das dreifache. Ja, das ist ein gutes Geschäft. Ich weiß jetzt nicht, was die machen. Ne. Der sagt aber wohl nix, ne? Ja. Ja. Ja, was macht ihr jetzt? Ich fahr die Drogen. Kommt zu meinem Telefon. Wo fährst du die Drogen? Ja, ins Lager. Okay, und danach? Und dann fahr ich ein paar Drogen zu Chap zum Galaxy. Okay. Und wir kommen auch zum Galaxy. Dann fahren wir jetzt auch schon mal zum Club. Ihr könnt zum Club fahren, wir treffen uns da. Okay. Jut, bis gleich. Bis gleich. Kuss. Okay, die fahren jetzt zum Lager und dann bringen die den Tickern, die Drogen. Und dann kommen die Oats zum Party. Ab 7 oder was? Warte, ich muss kurz in die Schneiderei. Boah, Schwetamine, acht Stunden lang. Ja, wo parken wir denn bestern? Klingt ja schon gut an. Wir parken unten. Warte, ich mach kurz das Tor auf. Okay. Ist gut. Mach die Tür zu. Ey, ich würd meine Tasche hier lassen. Warum? Ja, wie sieht denn das aus? Ja, hey. Wir sind doch Business-Männer. Wissen, essen, trinken. Nein. Da kostet ein Glas Whisky 80 Dollar, ne? Ja, lass die. Wenn du bescheiden bist. Wie früher in der Schule immer dann ausfliegen. Ne, ich ne Tasche mit auf jeden Fall. Echt? Warum willst du ne Tasche mitnehmen? Eben, ich wollt grad sagen. Das brauchen wir nicht. I got the moves like Lana. I got the move. I got the move. Ja. Geht mir genauso. Ola Capun. Oh, ist meine Tasche schwer. So. Nimmst du Tasche mild? Ja, ich ne Tasche mild. Hoffentlich sehen die nicht auf Jogginghosen. Ist halt komplett full. Was? Die gucken ja nicht auf den Boden, glaub ich, oder? Gucken die ja nur ins Gesicht. Und da war jetzt cool. Zeig. Zoồn. Zuparty. Am Samstagabend. Und eine Bulle im Weg. Warte mal, wie lange musst du jetzt laufen? Da ist da vorne. Guck, wo die Autos sind. Ah, okay. Frankfurt Plaza. Das ist aber mega cool. Da bin ich mit Laserschuhe, ne? Das macht aus im Auge. Für die Musik ist es nicht so laut, ja? Nee, DJ Typhoon betreibt nie. Das tut mir gerne auf. Der hat sich auch erschrocken. Ich sag einfach, ihr seid mein Security. War das Freddy? Wie? Du bist unsere Security. Ihr seid mein Security. Ne, ne, ne. Na klar. Du bist unsere. Ich bin Bodyguards. Hey, ich hab mal ne Aufgabe für euch gerade, wenn ihr hier so doof rumlauft. Hier darf keiner mehr parken. Die müssen viel höher und wir lassen die Autos auch gleich alle weg. Ja, ich verstehe sowieso nicht, wo die parken. Also mindestens, mindestens da, wo dein Wagen steht. Aber eigentlich ist dahinter sogar noch ein Parkhaus. Ich hab ganz oben am McAleys geparkt. Echt, dann steht dein Auto da nochmal. Ist endlich schon dein, oder was? Wo steht mein Auto? Das steht ein Auto. Siehst du, willst du mal mit? Komm, komm. Das ist ein Stück, ne? Ey, warte mal. Ist Tor-Bahn da gerade mit dem Auto gekommen? Zylindermann? Was für ein Mann? Warum rennt er wieder in der Ente? Das ist übrigens der Frank vom Kieselstein. Der Frank. Der ist voll der Reiche Holländer. Warum parkeln die denn hier? Ich verstehe es nicht, ne? Ich kriege es nicht. Boah. Dann lass doch Dings Abschläge rufen. Der ruf AgerC. Komm mal mit. Ich glaub, der hat nicht gebeitet, Alter. Warum parkeln die denn alle hier? Ja. Ich weiß auch gar nicht, wieso Can das nicht komplett abgesperrt hat. So, hier hab ich meinen reingebracht und da steht genau neben mir, dachte ich, ist dein Auto. Der ist Dürrling? Ja. Siehst du, siehst du, siehst du? Ja, aber hier ist ein Okay, glaub ich. Ja, ja, klar, weil ich dachte, das wär dein Auto, Bro. Ja, das ist meiner, aber mit dem bin ich nicht gefallen. Ah, okay. Mila ist mit dem gefallen. Aber so hier geht, find ich voll. Ich kann auch die meisten Parlaments. Ja, Frank, du musst da draußen rumschweinen. Wie, nein, das machen die schon drinnen. Coco kümmert sich drum. Alles toppy. Ja, tippitoppi. Tippitoppi. Das ist übrigens meine Dings, ne? Security. Deine Miss Gang. Aber für was brauchst du eine Security? Was machst du beruflich? Ich repariere GoPros. Okay, interessant. Mit Feinwerkzeug. Interessant. Gott, seid ihr Spastis. Da hinten kommt der Abschlepper, doch. Oh, nein, noch nicht. Das ist aber nicht geil. Nein, noch nicht. Das kann nicht geil. Nein, das soll ich noch von uns. So, Kördis, das lässt du jetzt. Hallo? Ja? Ja, verpiss dich mit der Karri, pack Wonga. Junge, geh mich auf den Sack, du müsstest abliefern. Ja, bei einer soll die Karri wegpacken, dann noch. Schön weit weg. Was sind das hier alles schon kacken, Alter? Der hier, was geht hier, Alter? Das, man. Opa, will die Bunker? Ey, Kördis, na, mein Freund? Und, wie fall ich dir? Schuhschnack, was gilt. Ja, das ist Judas, ne? Memo? Maschallah. Maschallah, Memo. Na, es ist zu, Nabi. Oh, Bendy, wo ist deine Perle, ist da drin, ne? Ja, du weißt ja, ich wollte dich anrufen, deswegen. Ja, ja, ich weiß Bescheid. Du wolltest mir die Schimpfe, die Schimpfe. Hey, ist da nicht unten oder so? Der war doch hier gerade am Auto. Wel denn? Jack. Jack? Nein, der ist noch runtergelaufen. Das war Vater Mughalne. Ich bin unterwegs. Ja, du bist Kopfschmerzen. Ja, dann fängt der schon gut an. Ich verstehe nicht, die Leute spielen schon so lange auf Rage MP. Warum checkt das keiner, dass man da nicht parken soll? Ja, wenn es so hart crasht, dann muss ich mich leider davon entfernen. Ach, nö. Ach, nö. Ach, nö. Ey, jetzt sag mich, ich muss wieder restarten, Alter. Ich krieg die Krise, Junge. Was soll das denn mit diesem verkackten Ghost-Prozess, ne? Scheiß GTA, Junge. Es ist so hässlich, dieses dreckige Dreckenspiel. Das ist komplett wegen den Autos und den ganzen Spielern. Ey, ich muss diesen Prozess finden, Mann. Das ist komplett wegen den Autos und den ganzen Spielern. Ja, Zef kille ich immer nach Restart. Das kenne ich. Das Problem ist, ich kann das Spiel jetzt nicht mehr starten. Und ich habe keine Ahnung, welcher Prozess das ist. Ich finde die auch nichts. Ich finde die auch nichts. Je finde die auch nichts. Ich finde die auch nichts. Ich würde die auch nichts. Ach, das ist das, was ich mir nicht mehr까 ordinance. Ichませ Olivia, dieuenschaft. Ist keiner da? Nein, ist nicht Zerfruhe. Nein, ist nicht Zerfruhe. 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 Geht nicht, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich google mal eben kurz. Geht nicht, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Nein, Steam neu habe ich schon neu gestartet. Funktioniert nichts. Ich habe auch keine Echse, die ich killen kann. Geht nicht, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich habe gekauft, ich habe keine Ahnung, hier habe ich ein that. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, die ich habe immer gesehen habe. Warum steht hier im Forum, dass es gelöst wurde? aber ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis gleich!